Ja, hallo und herzlich willkommen zu The Tender Cut. Es wird noch zwei Videos zur One Week Seven Ahead-Satz-Woche geben. Tut mir leid, dass die gestern nicht mehr rauskamen, wo eigentlich alles enden sollte oder vorgestern. Liegt daran, dass ein paar Probleme, Arbeit und weiß ich nicht was und alles. Auf jeden Fall kommen die noch. Ja, Tender Cut ist ein Spiel, was so 20 Minuten, eine halbe Stunde gehen soll. Schauen wir es uns einfach mal an und ziemlich coole Mechaniken haben soll. Okay, what the fuck? Ich nehme mal das hier. Es gab bei allem andere Sounds, was zum Teufel? Was zum... What the fuck? Äh. Alter, was schaust du hier für eine Scheiße an? Ähm, ich werde das Setze natürlich trotzdem unten verlinken. Ähm, ich bin auch gerade nicht bei meinem Standard-Setup, weswegen ihr keine Webcam habt. Das tut mir sehr leid, was zum Geier. Und wir sind anscheinend während dieses Spiels in diesem Raum hier drin. Und ein paar Sachen passieren. Oh, mach leise, Alter. Okay, wir können auch umschalten. Im Moment läuft nur das. Haben wir irgendwo ein Schloss? Haben wir... Okay, wir haben Licht. Okay, müssen wir erst die Kakerlaken da weg machen? Oder die... Was auch immer. Oder können wir raus mit dem Schlüssel? Ich weiß es nicht. Können wir das Ding... Okay, wir können es auch fein lassen. Oh, what? Müssen wir das nachmachen? Alles, was da passiert? Oh, scheiße, Alter. Was ist das? Kann ich nicht lesen. Also, das ist ein sehr, sehr interessantes Konzept, muss ich sagen. Ich kann aber auch wirklich alles nehmen, ne? Eine Hand. Oh, muss man die jetzt hier dran machen? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schneid der Mandel vor da? Ne? Schlüssel? Was ist hier? Geh'n Feuerzeug. Wie ist das? Ah, ist mehr als nur abnormal. Oh, sollen wir uns damit ne Zigarette anzünden? Ja, wie nehm' ich denn mehrere Sachen in der Hand? Ah, hier sollen wir wahrscheinlich dann am Ende ausdrücken. Was da... Okay, what? Kannst du das Ding fein lassen? Please? Äh... Ja, mehr als komisch. Sagen wir's so. Ich könnte mir die Kippie in die eine Hand und Feuerzeug in die andere. Ah, aber jetzt willst du auf jeden Fall beide schon mal in der Hand nehmen. Jetzt haben wir Asche. Was machen wir mit der Asche? Hier auf die Hand? Oder was? Können wir hier wieder einen Sender wechseln? Boah, das ist so... Was ist das hier? Haben wir unseren Schlüssel noch? Können wir damit vielleicht die Box öffnen? Bist du dämlich? Das ist ein Rätselspiel. Das ist quasi wie ein Escape Room hier. Okay, der ist raus. Der ist weggeflogen. Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Das Bild haben wir jetzt... Ey, komm, wir haben die Box geöffnet. Können wir das nicht abmachen? Bisschen wir das Messer hier mit schärfen. Oh ja, tatsächlich. Ich wette, irgendwann müssen wir uns einfach selber mit dem Ding schneiden. Kann das sein? Hä, was zum Geier... Oder... Wir haben hier... Wir haben den Aschenbecher, haben wir noch. Zur Auswahl. Dann müssen wir genau das nachmachen, was im Fernsehen passiert. Okay, der raucht einer. Okay, der raucht einer. Dann... Gitter ab, Alter. Das wird safe von YouTube zensiert. Ach, aber dann mussten wir das in der richtigen Reihenfolge machen. Ja, verdammt, äh... Kannst du vergessen, das haben wir ja jetzt schon gemacht. So, wenn wir das hier wegwerfen, was passiert dann? Was ist das... What the fuck? Wegschau... Hä? Haben wir es? Ich weiß nicht, wir haben die Reimbefolge halt komplett versaut, aber wir haben es anscheinend. Aber warum war der Mond jetzt am Ende? What the fuck? Was hatte dieses Objekt am Anfang zu tun, was wir hatten? Okay, der hat sich von alleine hingesetzt. Ich hab's gewusst, wir sind irgendein scheiß kranker Massenmörder. Ende. Okay, what? Das war der Tender Cut, heilige Scheiße. Äh, ich weiß nicht. Das war unnormal. Sind das, sind das Enden, was wir hätten machen können? Nachdem welche Objekte wir genommen haben? Ich weiß es nicht. Ach, das war kein Vogel, das war eine scheiß Motte. Äh. Hauptmenü, ja. Keine Ahnung, wenn ihr es euch mal geben wollt, The Tender Cut. Vielleicht bekommt ihr mit anderen Objekten, die ja am Anfang ausfällt, andere Enden aus, aber ich hab im Moment das Gefühl, dass wir halt einfach ein scheiß Massenmörder waren oder so. Der, äh, die Scheiße irgendwie aufgezeichnet hat oder der auf jeden Fall nach dem Film gehandelt hat. Keine Ahnung. Sehr, 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 sehr komisch. Und jetzt gibt es den, den man im Hintermörder Vielen Dank.